Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships mit mir Ben Hoshi und heute mit der Atago. Wird ja mal wieder Zeit. Ja, mal wieder im Norden unterwegs. Beide Wikinger. Nee, Quatsch. Nicht bei den Wikingern. Ihr hattet voll hier. Die Trippets ist dabei. Was? Bokel Clark, da ist die Trippets. Dann haben wir... Oh, da haben wir sogar noch zweimal die Trippets. Einmal bei uns, zweimal auf der Gegenseite. Ja, und hier Acht-Schiff, ja. Mann, Mann, Mann. Die Amagi, die Nagato. Hatago, Miyoko, Cleveland, Aoba, Hatsu, Haru, Mutsuki, Cleveland, Mahan, Amagi, Lexington, Hiru... Ja, oh mein, kann man gar nicht alles lesen. Äh, whoops, wo will ich denn ankommen? Sag, Oster trifft mich schon. Ja, und gleich Feuer gelegt und mein Hauptgeschütz beschädigt. Ey, ist das ein... Ein Honk, ey. Gut, hätte ich ein bisschen besser aufgepasst, wäre es wahrscheinlich anders gekommen. Da ist schon mal die Trippets. Nochmal die Trippets. Ja, die werden sich jetzt natürlich alle auf die Schiffe raufhauen. Oh, was wollt ihr denn jetzt hier? Und hier haben wir auch die Trippets. Ja, da ist die Trippets. Sieht irgendwie ganz nett aus, aber für 60 Euro, nein, danke. Ja, komm, triff, triff, triff. Jawoll. Ja, komm, triff, triff, triff. Oh, mein Gott, ey. Mann, ist hier was los. Oh, Mann, ist hier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Gut, außerhalb der Reichweite. So, dann haben wir wenigstens schon mal die Trippets gesichtet. Die Trippets. Die Trippets. Hört sich so an wie die Tripods von Krieg der Welten. So, wollen wir mal aufs Schlachtschiff gehen. Da ist es. Na, komm, lad doch mal nach. Die Trippets. Die Trippets. Die Trippets. Oh, ist das anstrengend. Die Trippets. Die Trippets. Der ist doch hier gleich hinüber. Die Trippets. 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 Drehen wir mal um den Stützpunkt zu verteidigen. Die leichteste Übung. Der ist doch auch schon futsch. Und tschüss. Ne, doch noch nicht. Wow. So, wo ist er denn? Da ist er. Ja, klasse. Ja. Ja. Ups. Ich habe ein... Er ist das Blut? Okay. Will ich mich nicht darüber beschweren? Wundert mich zwar, aber egal. Ich habe nichts gesehen. Ja. 234.515 an Credits bekommen. 1100. Ja, okay. Ist sowieso egal. Aber 56 Freierfahrungspunkte. Und wie gesagt. Ja. Erstes Blut. Die Auszeichnung bekommen. Ist schon nicht verkehrt. Gut. Also, dann war es das schon wieder für heute. Zwar verloren, aber glücklich. Hahaha. Naja. Gut. Ja. Ne. Dann danke ich euch fürs Zusehen. So rum war es gemeint. Gut. Schreibt mir in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch glücklich macht. Mich macht es auf jeden Fall sehr glücklich. Oh. Ja. Schaut euch auch mal meine anderen Let's Play Reihen an. Vielleicht findet ihr auch noch etwas Interessantes. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert natürlich auch meinen YouTube Kanal. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Na gut. Dann sehen wir uns morgen oder auch in einem anderen Video wieder. Ich wünsche euch was. Euer Ben Hoshi. warden inным Essentials Oisenk nim. Dre 573 Sektor im